Wunderschönen guten Tag, liebe Reise-Business-Geschäftsfeld. Ich möchte Ihnen also nun mal noch das andere Hotel präsentieren. Es heißt Selten Imperial und ist auch ein besonderes Hotel. Alle Hotels, die ich bis jetzt präsentiert habe, sind 5-Sterne-Hotels. Man kann meistens All-Inclusive wählen. Ich stehe also jetzt hier vor dem Haupteingang und werde nun eine Führung durch den Haupteingang präsent machen. Ebenfalls sehr luxuriös, schick, top gepflegt, die Anlage ausgestattet mit ihren grünen Anlagen. Besonders bemerkenswert sind ganz oben diese Türmchen. Alles sehr viel mit Silber und Gold vertiert. Jeweils auch hier zu sehen an den Geländern. Ebenfalls wieder die Kronenleichter. Hallo! Hallo! Das ist natürlich auch wieder ein Spitzenhotel, wie man direkt im Eingangsbereich schon sieht. Unten alles marmoriert, sehr schicke Barhocker und ein riesengroßer Eingangs-Präsentationsbereich mit wunderschönen Sitzgruppen, wo ich mich nun gleich hinbegeben werde. So, ob man also netterweise empfangen kann, kann sofort türkisches Gebäck zu sich nehmen und diverse Getränke. Sehr, sehr aufmerksam, muss ich schon sagen. Ich werde doch gleich auch mal ein Gebäck probieren. Schmeckt wirklich super, sehr, sehr lecker. Besonders dieser türkische Tee dazu, das passt dann ideal. Hier ebenfalls eine Videopräsentation vom Hotelbereich. Sehr schön anzusehen. Ich werde mich auch hier mal erkundigen, ob es ein schickes Hotelprospekt gibt. Und vielleicht gelingt mir ja auch eine Suiteführung. Jetzt bin ich also mit, wie wir in Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen. Ich werde mir kurz mal ein Hotelprospekt organisieren, dann kann ich das besser präsentieren. Also führt sein Weg nun zur Information. Ich werde mich auch hier in Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen-Präsentationen Haben Sie auch noch ein größeres, wo die Zwieter abgebildet sind? Ja, ein größeres, aber hier gibt es viele. Einfach gegenüber. Unten sind sie in Ferse. Vielen Dank. Ja, ich bin jetzt nun zu meinem Hotelprospekt hier gelangt, wo man also auch sieht, Delfin Imperial Lara. So liegt das Hotel von Houston aus. A Luxury Hotel in Lara. Und nun werde ich weitergehen und herausfinden, wo es zur Poolanlage geht. Bevor wir zur Poolanlage gehen, möchte ich noch einen weiteren Eingangspräsentationsbereich, Sitzgruppe präsentieren. Hier hat man ja wohl unwahrscheinlich viel Platz. Ah, wir sind angelangt in einen wunderschönen Café. Jetzt möchte ich doch mal kurz zeigen, was für Leckerheiten hier so vorhanden sind. Alles türkische Spezialität. Die sieht ja auch besonders aus. Hier könnte ich mir ja gerade mal aussuchen nachher. Wunderbar. Und verschiedene Eingangspräsentationen. Und verschiedene Eingangspräsentationen. Das ist eine sehr schicke Lampe. Die sind dann auch nicht alle kleinen Kristall. Hier stehe ich nun mittendrin im Kristallpalast. Das sieht man doch, oder? An den Wänden ein Kristalllampe. An der Decke ein Kristallleuchter. Beachtenswert groß. Ganz toll, schick, edel, antik eingerichtet. Da hinten besonders schicke Thronsäße. Auch hier diesen Schreibsekretär muss man das wirklich mal gesehen haben. Das ist eine sehr schicke Lampe. Dieses Hotel zeichnet sich aus. An der Decke jeweils und überall ist das nicht hübsch da. Kristallleuchter. Wunderschön. Man kann auch hier nach draußen gehen. Man kann auch hier nach draußen gehen. Hier kann man diverse Speisen zu sich nehmen. Und natürlich gibt es auch wieder eine Terrassenbar. Mehrere sogar. Hier ein Blick zur Poolanlage. Dies scheint der Relaxpool zu sein. Gegenüberliegend ist das Hotel Delphine. Da wohne ich ja. So. Nun schauen, wo meine Führung hinführt. Denn ich muss mich ja nun selbst erst mal orientieren. Ich muss schon sagen, dieses Hotel präsentiert wirklich sehr, sehr viele Sitzgelegenheiten. Das Hotel Delphine. Unwahrscheinlich weitlaustig geheißen. Und unwahrscheinlich edel und antik. Besonders interessant ist auch diese nette, entspannende Musik. Das Hotel Delphine. Hier kann man sich wohl sehr, sehr wohl fühlen. Es geht hier nun auch wieder nach draußen, wieder das Delfin-Diva-Hotel. Ich muss mich verbessern, dem überliegend war das Delfin-Diva-Hotel zu sehen. Ebenfalls schicke, man bekommt hier sehr nette Anregungen der Stoffe auch für die jeweiligen Sitz- und Polzstoffe. Und dann wieder diese besondere Kronleuchter an der Decke. Mit seinen schicken Klassenleuchtern. Hier ist eine extra Bar, wobei diese jetzt nun wahrscheinlich nicht geöffnet ist. Mein Weg führt nun durch das gesamte Hotel. Ein Imperial-Wahlruf. Können wir ja mal kurz eintreten. Oh, das ist ja hochinteressant. Und hier gibt es die verschiedensten Arten von Schuhe zu kaufen. Sehr elegante Toiletten, muss man schon sagen. Schicke Türen. Der Shop nennt sich Delfin-Shop. Es geht nun weiter. Mein Weg führt mich nun in Richtung Aufzug. Und ich werde in die untere Etage gelangen. Wenn der Aufzug nicht direkt kommt, kann man also auch hier wieder sehr luxuriös Platz nehmen. Ich werde in die untere Etage hinunterladen. Und ich werde mich vor über 60 Minuten nachdem. Achtung. Wenn dieоссalte Gäden. Und siehe da, der Aufzug ist endlich der Aufzug. Ich stehe also nur hier mittel in diesem eleganten Aufzug und werde nach unten drücken. Moment, Lobbybereich. Denkt ihr, dass ich hier richtig fliege? Der Aufzug ist mit Telefon ausgestattet und Diashow-Präsentation. Und siehe da, ich bin in der unteren Etage und werde mich nun mal durchfragen. Die untere Etage hat sehr viele Boutique, die ich feststellen muss. Hier ist der Friseur. Auch hier kann man Platz nehmen in der Camilote Bar. Da? Vielen Dank. Aber es ist wie gesagt nicht einfach, Ende September schon so eine tolle Form zu haben, aber es hilft nichts. Die muss man sich ja zeigen, dass wir schon hier haben, sonst ist man verloren. Das tut richtig weh. Hallo, schönen guten Tag. Schönen Tag und Essen. Ja, wunderbar. Dies ist ein à la carte Restaurant. Tschüss, bis später. Bis später. Die Unteretage ist hier voll mit Boutiquen ausgestattet. Hier wieder ein wunderschöner Schmucklade. Hier findet man jegliche Arten von Ledertaschen, Koffern. Wie und so weiter. Auch tolle Ledergürtelchen. Hallo. Guten Tag. Chef der Fatigue. Er wollte mal eine Pause machen. Ja, bei den Temperaturen. Sehr schicke Sachen sind hier vorhanden, wie man sieht. Noch einmal die Gürtel eingeblendet. Kosmetiktaschen. Hübscher Frau. Dankeschön. Dankeschön. Ein Kompliment am Tag tut natürlich auch mir ganz gut. Haben Sie mal eine Physikenkarte von mir? Hab ich. Super. Das ist doch sehr, sehr nett. Das ist die E-Mail-Adresse. Das ist ja meine E-Mail-Adresse. Ja, sehr gerne. Wie ist Ihr Name? Polat. Herr Polat. Okay. Herr Polat, das müssen wir noch auf die Karte schreiben. Ich bin die Celine. Wir sind die Reisebegleiterin. Okay, danke schön. Bitte schön. Mein Herrsch. Ich muss einen Kugelschreiber organisieren. Ein Kugelschreiber. Wir haben auch Kugelschreiber. Super. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Kann man sich mal schreiben oder E-Mail? Super, schick! 20 Jahre, Wahnsinn! Toll! Wunderbar! Wohnen Sie auch hier in Lara? Ja, ich wohne in Antalya-Stadt. In Antalya-Stadt? Schön! Ich präsentiere gerade mal eine schicke Ledertasche hier. Was ist das? Eine Business-Herrentasche? Eine Business-Herrentasche. Und mit der Türkei gemacht, Telgan. Keine Nacht gemacht, das gute, originale. Ja, schick! Diese Seite auf. Wie viel? Nicht so viel. Mal fragen, was diese Leder Business-Herrentasche kostet. Euro oder Leder, wollen Sie wissen? In Euro. 6,50 Euro, 3,7 Euro. 240 Euro. Also, 240 Euro kostet diese Leder-Herrent Business-Tasche. Guck mal, das ist Vegetalleder. Nur Leder. Sie wissen das? Sehr schick! Drei, vier Millimeter dicker Kalbsleder. Hier die Dokumenten, Laptop, alles da. Ah, diese Tasche ist auch sehr gut geeignet für Laptop. Ja, Laptop oder Akten oder das kleine. Und auch. Für Büro und Reise. Akten. Also, für die Business-Geschäftswelt. Ja, ganz sicher. Darf ich einparken? Hörst du Spaß, oder? Ja, super. Und das. Oh. Magnet-Schluss. Oh, die Tasche hat sogar Magnet-Verschlüssel. Ja, Magnet-Verschlüssel. Na, das hat man ja sehr selten. Schick. Sehr, sehr schick. Mhm. Super. Ganz nett, wie der Chef des Geschäftes hier mithilft. Sie auch, Chef. Danke schön. Bitte sehr. Danke schön. Danke Ihnen. Wünsche noch einen angenehmen Tag. Ich möchte die Führung noch weiter durchs Hotel machen. Ja, bitte. Okay, schönen Tag noch. Ebenfalls. Ja, ich schreibe. Vielleicht kommen wir morgen noch mal wieder. Danke dir. Okay. Wiedersehen. Bis ab 10 Uhr morgens geöffnet? Ja, bis ab 10 Uhr. 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 Ah, okay. Gut. Gut. Wenn ich Zeit finde, wir kommen noch mal. Alles gut. Danke. Tschüss. 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 So, ich verlasse jetzt diese aufschussreiche Lederboutique wieder. Moment. Ich wollte noch ein paar ganz, ganz schicke Gürtel auch präsentieren. Also sowas finde ich ja besonders schick auch für Herren. Ja. Sehr, sehr schön. Die sind richtige Markengürtel. Ah. Ah. Und Markentaschen natürlich. Sehr, sehr schön. Okay. Tschüss. 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 So, jetzt geht mir weiter zur nächsten Lederboutique. Hier erstmal für türkische Süßspeisen ein Shop für Loco. Hier nun eine Modeboutique, wo man also auch Bikinis erhalten kann und jegliche Arten, was man eben so braucht. auch Schuhe. Ebenfalls eine sehr elegante Motive. Dämmbar. Ja, und nun habe ich endlich den Poolausgang gefunden zum Poolbereich. Also ich muss sagen, es ist auch ein sehr, sehr schickes Hotel. Ja. Die Grünanlagen sind top gepflegt. Mit mehreren Poolanlagen. Und immer wieder ist der Blick zum Hotel Delsen Vira, wo ich ja vor Zeit noch wohne. Auch dieses Hotel möchte ich jetzt nochmal von hinten präsentieren. Hotel Imperial. Beziehungsweise Delsen Imperial Lara. Der Weg führt nur zur Aquabar. Und nun weiter führt mein Weg Richtung Strand. Erstmal am Pool entlang und dann lande ich natürlich wieder am Strand. Das heißt, alle Hotels sind durchgängig zugehbar bis zur Strandanlage. Undkeep shebt dann auch immer. Der Weg weg рын acaba die Maus Purimationen. Undher hat sich auch gerne auch näher. Und dann Delft und Sohn abgemacht. Und dann sind die Sie Unsere Alemation ebenso an. Aber keine Neue app, sogar jetzt im Graz 하 Cocoa. Ja, hier kann man natürlich ausgiebig relaxen und schwimmen den halben Tag. Einfach herrlich, oder? Nun habe ich noch ein paar Meter und dann bin ich am Strand. Ja, hier. Ich habe sogar ein paar Desperen gelesen. Ich habe einen Schluchzer. Ich hab mir ja erst meine Schluchzer gelesen, aber ich habe noch ein paar Dagen geklämt. Ich kann die Dagen so kurz diese Dagen ohne zu entnüren, aber ich kann nie ganz besonders ausziehen, aber nicht so auch eine Dagen. Super, ihr folgt mir alle mit. Restaurant Imperial Snack. Restaurant Imperial Snack. Also auf dieses tolle Gemände. Ah, ein Cat House gibt es hier auch. Das heißt für Katzen ein extra Häuschen. Na, das finde ich doch wieder mal bemerkenswert. Und jetzt Aquapark, Lunapark. Nein, da gehe ich nicht hin. Ich gehe zum Strand. Möchte ich mal auf diese netten Strandhäuschen hier hinweisen? Die Strandhäuschen waren eben, wenn man eben mal sehr intim seine Ruhe auch haben möchte. Ja, und nun bin ich hier voll am Strand in Zara. Mein Weg führt nun weiter zur Strandbar. Weiter mir folgen. Ebenfalls diese herrlichen Clubsesse zum Relaxen. Mit jeweils immer ein oder zwei Palmen drumherum. Ich bin also jetzt nun vor der Strandbar gleich in paar Mebern. Und dann ist man natürlich wieder mitten im Meer. Ja, ob ich mir nun hier auch ein Cocktail geben lasse. Ich denke mir doch schon, ne? Denn auch ich habe mir ja eine kurze Pause verdient. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so genießen können. Hallo. Ein Glas Champagner? Okay. Ja, gut. Okay. Eier, Eis. So, es ist also mitten hier an der Strandbahn und werde nun gleich meinen Cocktail genießen. Ja, mein Videofilmer trinkt wieder Raki, denn er steht besonders darauf. Und ich bin halt die Cocktail-Tante. Super, danke schön. Die Chef bereitet mir einen Spezialkocktail dazu. Na, hier kann man jetzt auch noch nicht mehr. Ich bin nur mit im Meer. Das heißt, das Meer ist unter mir. Im Meer ist Rennen, ja? Und ich bin nur mit dem, ja. Aber ich bin nur mit dem. Oh, okay. Ich bin nur mit dem, ja. Okay. Ich bin nur mit dem, ja. Schaut mal, wie schick der aussieht hier. Ich hoffe, der schmeckt auch so lecker. Oh, der schmeckt ja köstlich. Ganz, ganz toll. Also wirklich fantastisch. Hier mit solchen schönen Dingen, das er franziert. Jeweils zwei Türchen dran, ein Stück Melone. Sehr sehr schön. Oder? Also dann. Gut, beziehungsweise zu holen. Ich lass mir schmecken und beende die Führung erstmal. Ahhhh.